Was? Ja. Wie lange weile grad irgendwie? Ich bin auf der Zinne bei uns. Okay. Bei Pyro. Was sitzt du schon bei Pyro? Schon mal, dass ich vielleicht, wenn meine Pokémon so trainiert sind, dass ich vielleicht schon einfach sagen kann Sabrina, haha, schon mal hinfliegen und dann nach Pyro hinfliegen, haha. Was für ein Cheater, ehrlich. Warum? Müssen wir jetzt mal Zauberes noch fangen. Komm ich jetzt hier nicht mehr raus, oder was? Ja, ich mein, Arctus. Aber, halbe Stunde ist es schon, ne? Ja, ich guck gerade wie ich hier rauskomme. Ist aber nur behindert. Äh, ich komme glaube ich gar nicht mehr raus. Ne, ist schlecht. Ja, wir können jetzt, ich sag komm in 9 Minuten, dann haben wir schon eine Folge mehr ist immer besser als gar keine. Sache wegen deiner Nachtschicht, ne? Oh Gott. Nein. Außerdem kann ich dann vielleicht noch hier rauskommen. Nö, schaust du nicht. Ne, ich glaube nicht. Aber du behindert, deswegen. Ja. Gegen die Fäcke habe ich gekämpft. Der Fäcke kommt noch. Los. Los. Jetzt gibts auf die Fresse. Warte mal, hab ich jetzt hier nicht den Button gedrückt. Ich weiß es gar nicht. Surfer. Tanawelle. Ja, mach doch mal ein Surfer Habitat mit Spiegeltrick. Kann das eigentlich sein, dass die in den nächsten Editionen raus ist? Spiegeltrick? Weiß ich nicht. Obwohl ich die schon lange nicht mehr gesehen habe, eigentlich. Du kannst keine weiteren Items tragen. Ja, mach mal Schäle, wo man aufrichtung ist. Wie? Fick dich. Flucht. Lasse dich. Du kannst keine weiteren Items tragen. Super. Beleber. Ja. Erstmal Tartini wieder beleben. Ich weiß auch gar nicht, wo man die IP-Teile herkriegt. Voll vergessen. Und Flucht. Und in den Supermarkt. Mal gucken, was gibts hier zu kaufen. Hyperbälle und Hypertränke. Nice. Ja, freu dich. Und Hyperheiler und Beleber. Ein hässiges Ibi-Tag. Ich mag das hier nicht. Man kann hier alles kaufen, nach Herzenswunsch. Ein Katibi hieß das. Ach ja, hieß das Labor. Muss ich das hier eben wegbringen. Ja, musst du. Warte mal, was willst du? Willst du einen Reitschuh gegen den Elektroball kaufen? Nein! Doch, willst du. Nein. Doch. Was willst du? Warte mal. Ich besitze ein Blutzeug, dann kriegst du einen Tangela. Nö. 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 Ne. 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 Oh, mein Rucksack ist voll. Ich krieg' einen Anfall. Oh hol doch. Dann Bonita mein jammer. Ja ja, fast verschluckt er dann. Doch später. Ach ja, wenn ich später wiederkomme, kriege ich ja mein Kabuto. Status. Du hast doch noch ein Bernstein, oder nicht? Ja, und ein Doomfossil. Einmal raus und einmal reingehen? Ne, ich glaube das reicht nicht. Doch, raus und rein, dann ist das da. Sicher? Ja. Ja. Das war schon immer in den Editionen so. Ne, Kabuto und jetzt nehme ich noch den Altbärstein ab. Ah, Hougattyl. Albertstein, noch nicht Altbärd. Altbärenstein. Altbären? Ja, da steht Bernstein am Ende. Und davor steht Alt. Altbärenstein. Alter Bernstein. Na, raus rein. Raus rein, raus rein, raus rein. Ein Dommarsack. 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 Ach nein. Vielleicht ist ein Dommar-alter-Sack. Ne. Ne. So, ah, der Erodaktion. Der Timi erreicht Level 20 und er lernt, will Agilität erlernen. Ist da irgendein von Drachen gewesen, Erodaktion oder so? Wollte mich. Prokumen ablegen. Wir legen mal Georock ab. Ey, die sind beide schon Level 30? What? Ja, ich glaube, das ist normal gewesen. Erodaktion mal mitnehmen. Titt, titt, titt. Status, bist ein Gestein und Flug. Okay, das ist ein bisschen cheat. Ja. Hm, das will ich gerade nicht. Guck, was Kabuto ist. Gab's irgendeine Weiterentwicklung? Utops? Weiß es nicht. Ja, Kaputops. Boah, ich hab mich jetzt immer mitgeleidend und man kann nicht angreifen. Kabuto, mitnehmen. Ah. Aber war das nicht so, umso länger der Kampf gegen, umso mehr LP kriegt man? Nö. Ich glaube, in den ersten Endländern war das so. Gestein und Wasser, kotze, ey. Ja, da kotze, viel Spaß. Los, sauber, fliegen. Ablegen. Kaput. Das ist immer zu geil, wenn man sich in so einen Vogel verwandelt, ne? Und ich nehm da Teenie, Level 24 mit. Ja. 24? Hm. Voll editionsabhängig, ne? Ja. Meins ist Level 18 gewesen und hat 2800 gekostet. Ja, meins hat 4600 gekostet und das ist schon Level 24. Boah. Voll. Cheaten. Ja, du bist ein Cheater, ich weiß. Nö. Doch. Orania City, Orania City. Prismania City, da traine ich eigentlich ganz am besten. Ganz am besten. Ja, hast du direkt ein Feld rechts neben. Kannst du halt weg. Willst du dir nicht noch einen Zapthus holen? Willst du dir nicht noch einen Zapthus holen? Nö, ich hole mir das noch nicht. Ich hole mir die erst zum Schluss. Achso. Ich brauche ja einen Arctus. Ja, warum brauche ich den Zapthus? Und ich will Arctus. Zapthus ist einfach Donner-Pokémon, nenn ich. Ja. Ich weiß aber, die gibt's Donner-Pokémon irgendwo baust oder nicht schon eingesetzt. Ja, ich glaube, ich bin in den ersten Klassen, aber da bin ich auch mit einem Pokémon durch. Ja, ja, vergeht. Aber das war noch vor den ganzen Aufnahmen. Ja, ja, vergeht. Aber da bin ich auch mit Totok durchgerast. Ja, ja, ja. Weil die Aufnahmen sind ja noch da. Von den ersten. Ja, ja, vergeht. Ich habe ihn nur so weit gemacht, wie ich machen musste. Soll ich nochmal sagen, ja, ja, vergeht. Nein, das zählt. Alter, ich kriege immer genug Fenster, wollt ihr mich rollen? Ja. Das macht direkt Gift. Ich mag gleich Prisma in der City nicht mehr. Ne? Ne, Kotze. Kotze, Fotze. Du, 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 du. Na, ach Mann, ey. Da bin ich schon wieder vergiftet. Nein. Das war knapp. ich hab einfach hier wurde darauf einfach auch gegen fünf pokémon antritt ich glaube das war aber in xy auch schon also nicht so wenig gespielt normal ja ich hab's auch nur gesehen ja genau nimmst einfach mit in der mittagspause warum nicht so voll chillig stunde stunde am zocken ich hab ja nicht stunde pause so zwei mal 15 minuten das tut mir leid nicht ich weiß halbe stunden und stunde hallo sie aus dem büro aus bin dahin hingesetzt habe sind schon minuten um genau wie die zeit jetzt um ist damit wir sagen bis zum nächsten mal bei der pokémon challenge mit wieviel minuten hast du bei